Und was ist mit dir? Bist du ein guter Mensch? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich denke schon. Du denkst? Was hast du bisher in deinem Leben gemacht? Welche guten Taten hast du auf deiner Habenseite? Die nicht getanen Taten sind sowieso die größten Sünden. Ja, ich weiß nicht.